Wenn du Lust hast, dann könnten wir jetzt mal ins Wirtshaus gehen am Sonntag. Soll ich etwa so unter die Leute, wie ich bin? Ich hätte eine bessere Idee. Ich gebe ein Futteral über die Füße. Die könnten sogar passen. Das wird meine Bäurin! Mein Augenblick noch! Leni? Ja, was ist? Komm her. Nicht schlecht! Du hältst sie wohl für einen Hund, der kommt, wenn du pfeifst! Da, schau. Hiermit verspreche ich der Zinshofer Magdalena vom untern Dorf feierlich die Ehe. Ein schlechter G'spaß. Das war kein G'spaß. Sternsteinhof. Nach dem Roman von Ludwig Anzengruber. Gar schön bitten täte ich dich. Schenk dem Kleb in der Mucker Sechshundheit völlig wieder. Ein Dusch für Magdalena! Lass jetzt die Kerzen aus. Sternsteinhof. Der Aufstieg einer jungen, willensstarken Frau. Kommt's dir schwer an? Jetzt ist alles ausgestanden. Wie sich's weiter schickt, weiß Gott allein. Notfalls werde ich auch künftig meine Hand nicht von dir abziehen. Geld biet's mir an. Geld für meine Ehe? Dafür reicht mir grad der Sternsteinhof. Sei doch nicht so dumm. Du wirst doch nicht wollen, dass ich dir was mit auf den Weg geb. Siehst du, was hast du von deiner Ungeduld? Und was ist mit dem Kind in meinem Bauch? Schiete, ganz recht. Es ist noch immer der Weiberleut ihre Sache, wenn uns einer den Verstand verliert. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich geb nicht auf. Ein neuer deutscher Film. Ein Film von Hans W. Geissendorfer. Sternsteinhof.